Dieses zu veräußernde sanierte Siebenzimmer-Einfamilienhaus steht in Mönchengladbach. Das Drei-Etagen-Haus wurde 2014 saniert. Es hat sechs Schlafzimmer, drei Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Ausstattung entspricht einem Schlafzimmer, drei Badezimmer und einen Schlafzimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 326 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 190 Quadratmetern. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 245.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF, 2020